Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Digimon Adventure RPG. In der letzten Folge haben wir es ja jetzt hier zum Fuß von Infinity Mountain geschafft und... Mal schauen, vielleicht schaffen wir ja diesmal es zu Devimon rauf und... Ich würde sagen, dann starten wir mal los. Und... Nein, nein, mich bekommst du nicht, mich bekommst... Okay, er bekommt mich. So ein Arsch! Das kann doch nicht wahr sein! Hä? Was macht Leomon hier? Naja, ist mir egal. Digitation! Du bist ganz im Weg. Du bist ganz im Weg. Und in mein Weg. Du bist ganz im Weg. Nichts! Sag ins Schein! Du bist Leom hier. Geest Leom hier! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist nicht Lord Barkemon. Mich bekommst du nicht. Hm? Wie wir wissen, das wird nicht alles ausreichen. Stimmt. Da stimme ich dir ganz zu mit. Als ob ihr die davor noch nicht nutzen konntet. Ja, lasst ihn uns vernichten, um in unsere Welt wieder zurückzukehren. Wieder eine schöne Recovery Capsule. Die kann man immer gebrauchen. Du bekommst mich auch nicht. Was dieser Radius ist, wo die einen entdecken können. Das ist unglaublich. Nein. Wegen diesem blöden Stein, um dessen Hitbox 30 Meter in die andere Richtung geht. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Dann geht's. Und dann geht's. Wir gehören. Wir gehen. Und dann geht's. Wir gehen. Wir gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Naja, aber nur Isi mit seiner Wissensneugier wäre draufgekommen. Ja. Aber wieso bekommt man da keinen Boost für die Bonds, also für die Bonding-Kombos? Ja, fünf Meter entfernt und er entdeckt einen trotzdem. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, sehr schön stehen geblieben. Lifesaver-Kit, sehr schön. Wo geht's jetzt hierhin hin? Hier anscheinend nicht. Okay, Protect, das klingt gut. Ach ja, warum sind die hier anders? Das möchte ich aber Patamon geben. Das geht sogar. Gibt's hier eigentlich eins... Was ist ein Mega-Heal? Alter, ich hasse dieses Steuerungssystem. Oh, das ist geil. Verdoppelt die Experience für den, der es trägt. Das ist nice. Ähm... Remove, war das da? Was brauche ich denn dafür? Müsste die beiden wegpacken. Das ist SP-Boost. So, und dann packen wir das da hin. Ach. Ah. Ich mag das überhaupt nicht, wenn hier so ein Blödsinn dann passiert. So, und dann bekommt man das noch so hin. Sehr schön. Ich schaue dann noch ganz kurz... Ach, bei dem haben wir noch gar nichts. Dann packen wir bei... Ah! Dann packen wir bei ihm das mal so hin. Das ist so eins, das bekommt man bei ihm nicht. Machen wir es lieber so, dann kann nichts passieren. Shock Guard kommt da hin. Break Guard, packen wir da hin. Dann noch da ein Mega-Heal hin. Und da dann noch den Poison-Cure. So, dann schauen wir mal bei Palmon. Was denn da noch geht. Das ist nice. Aber... Dafür ist kein... Richtiger Platz. Es sei denn... Wir machen... Die beiden weg. Und packen das dahin. Das dahin. Das dahin. Das kommt dann dahin. Und... Haben wir sonst noch was, was wir geben können? Das. Das. Okay, wieso kann man das nicht packen? Geht halt jetzt dann nicht. Dann schauen wir noch mal... Wir schauen ganz kurz alle durch. Da wird die Folge halt mal ein bisschen länger. Ist auch kein großes Problem. Das ist nice. Packen wir das dahin. Dann Biomon. Haben wir da noch irgendein... So ein Zweierding. Ja. Dann bei Gabomon. Haben wir auch nicht mehr viel. Was man machen kann. Ne. Ne, da haben wir gar nichts, was man machen kann. Aber hier kann man doch was machen. Da hatten wir ja noch ein paar. Was war das? Ach, Raises Evasion Rate. Okay. Was macht der? Der ist nice. Ja, pack mal das. Und das. Wieso geht's nicht? Ach so, weil die Abilities dann voll sind. Hm. Was ist das? Nein. Zurück. Und den SP-Boost noch drauf. So, da haben wir jetzt ein schönes Upgrade gemacht. Das muss man natürlich auch noch speichern. Und dann geht's jetzt weiter. Da sind wir ja gerade hergekommen. Deswegen gehen wir jetzt da entlang. Ach nein. Nicht schon wieder. Keine Lust mehr auf einen Kampf. Nein. Ah. Na gut. Dann eben wieder. Dann geht's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine Lust. Vielen Dank. 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 Ciao, ciao.